Am Ende unseres bisherigen Skate-Areals seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Ja, nochmal bei bestem Herbstwetter. Ist ja unglaublich. Also schon mal großes Lob an die Organisatoren. Perfekt organisiert. Ja, und wir haben hier großes Vor. Ja, daher freue ich mich einfach, dass Sie alle da sind. Ja, dass Sie hier beim Baustart dabei sind. Unseres neuen, doch schon auch deutlich vergrößerten Skate-Areals, muss man so vorsichtig zu nennen. Ja, es wächst ja schon ziemlich kräftig insgesamt. Ja, und einfach toll, toll, dass Sie alle hier mit dabei sind. Ja, und daran sieht man ja auch schon, so etwas ist ein Gemeinschaftswerk, wo ganz viele mitwirken im Planungsprozess, im Ideenfindungsprozess, im Entwicklungsprozess, im Entscheidungsprozess, aber natürlich dann nachher auch beim Bauen. Ja, und daher freue ich mich, dass Sie alle hier mit dabei sind. Ich versuche mal einige zu begrüßen und in der Hoffnung, dass Sie dann jetzt niemanden hier sind. So, jetzt gehen wir mal auf den Bauen. Ja, und dann gehen wir mal auf den Bauen.